Die Freiberger Stadtbibliothek wird am Sonntag, den 13. September, im neuen Gewand ihre Türen im geschichtsträchtigen Kornhaus eröffnen. Wir als Planer vom Baubüro Freiberg, die wir zusammen mit den BNDX-Architekten und Ingenieuren als planungsarge Kornhaus das Projekt maßgeblich entwickeln und begleiten durften, es galt ein Spagat zu schaffen. Wir wollten einerseits vollständig die mittelalterliche Holzkonstruktion und den historischen Charakter des Hauses erhalten. Andererseits mussten die statischen, brandschutztechnischen und funktionalen Herausforderungen der neuen Nutzung eingehalten werden. Wir sehen im Hintergrund die Stadtbibliothek in ihrem Hauptgeschoss. Die oberen drei Geschosse, erstes Obergeschoss bis Dachgeschoss, werden jetzt von der Stadt- und Kreisbibliothek in Besitz genommen und genutzt. Wir haben drei Ebenen, davon zwei als begehbares Regal. Das war eine hervorragende Idee vom Volker Benedikt, die wir dann anschließend planerisch umgesetzt haben. Und gemeinsam mit unserem Bibliotheksausstatter, wo ich mich nochmal für die sehr gute und schöpferische Zusammenarbeit bedanken möchte, der Firma Lenk Bibliotheksausstattungen, haben wir diese durchgesteckten Regale entwickelt. Zwei Geschosse auf nur einer tragenden Decke. Denn wir mussten ins historische Kornhaus ein komplettes neues Tragsystem einbauen. Das Tragsystem wurde so eingebaut, dass die alte Substanz nicht belastet wurde und komplett erhalten. Wir haben schlanke, hochfeste Stahlbetonstützen, Anthrazit durchpigmentiert, polierter Beton. Eine innovative Art, auch die Herstellung wurde hier umgesetzt durch einen sehr, sehr guten Massivbaubetrieb. Es gibt nicht bloß polierten Beton, es gibt auch die fugenlose Fußbodenausbildung. Ein richtig schöner, durchgehender Fußboden im Bibliotheksgeschoss. Nur sieben Millimeter Aufbau, auch einmalig in der Bautechnik. Es gibt wirklich nur ein einziges zugelassenes System, das haben wir lange recherchiert und mit dem Hersteller uns zusammengesetzt, was mit diesem geringen Fußbodenaufbau einen ordentlichen und dienengerechten Trittschallschutz zur darunterliegenden Nutzung gewährleistet. Wir haben insgesamt in dem Gebäude versucht, der geschlossenen und doch durch die kleinen Fenster nach außen eher abweisenden Gesamtarchitektur des Gebäudes im Inneren einen Kontrapunkt entgegenzusetzen. Innen gibt es große, helle, freie Räume. Wir haben versucht, durch diesen hohen Raumeindruck, durch viele Stellen, wo man durch die Geschosse durchgucken kann, diesen Raum und dieses alte Tragwerk erlebbar zu machen. Und schon wenn man reinkommt, wird man durch ein frisches, großes Foyer begrüßt, was erinnert an die Zweigeschossigkeit, die früher das Erdgeschoss hatte. Wir haben diese schöne Holzkonstruktion hier in der Mittellängstachse. Diese Holzkonstruktion ist nach wie vor komplett vorhanden, aber nicht mehr tragend, wurde durch uns entlastet. Und wir haben über uns und auf allen Deckenebenen die Originalkonstruktion von 1571. Das ist auch wirklich in dieser Komplexität und dieser Vollständigkeit einmalig in Sachsen, dass ein Speicherbau so erhalten ist. Wir haben uns zu bedanken, dass wir diese Aufgabe lösen durften. Wir bedanken uns ganz besonders bei der Stadt Freiberg als Auftraggeber. Wir bedanken uns bei den Fördermittelgebern, die das Ganze zusammen mit der Stadt ermöglicht haben. Und wir bedanken uns natürlich vor allem bei allen Anbau-Beteiligten. Mit dem sanierten Kornhaus wurde eines der eindrucksvollsten spätgotischen Bauwerke der Altstadt für die Nachwelt erhalten. Am 13. September ist es nun endlich soweit. Wir eröffnen unsere neue Bibliothek im Kornhaus. Endlich ist es uns möglich, alle Medien für alle Altersgruppen unter einem Dach anzubieten. Etwa 80.000 Medien stehen hier im Haus den Nutzern zur Verfügung. Mit dem Umzug in das Kornhaus wurde die Kinder-, die Erwachsenen- und Kreisergänzungsbibliothek zusammengelegt. Wir haben erstmals einen behindertengerechten Zugang zur Bibliothek. Wir können den Nutzern anbieten, ihre Bücher, ihre Medien selbst zu verbuchen. Auch selbsttätig zurückzugeben, sogar außerhalb der Öffnungszeiten. Und wir haben ein breites und vielschichtiges Angebot an Medien jeder Art. Das sind Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs. Am Eröffnungstag bieten wir unseren Nutzern ganz regulären Ausleihbetrieb an. Zusätzlich dazu ist es möglich, dass die Ausweise getauscht werden. Natürlich Neuanmeldungen sind herzlich willkommen. Und wir bieten stündlich Führungen durch das historische Gebäude an. Zum Tag des offenen Denkmals hat das Kornhaus von 10 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017